Und mit dem Magic Code geht das Abenteuer weiter. Im Internet. Cybertop. Jetzt in jedem siebten Ü-Ei. Heute baue ich mit Monika und Astrid meine kleine bunte Babyborn Mini-World. Mit der Mini Babyborn und vielen dazugehörenden Sets. Das Babyborn Mini-World Badewannen-Set und das Enten-Set zum Sammeln. Jetzt neu. Von Zatz Kreation. Asterix und seine Welt. Faszinierende Geschichte, römische Herrschaft und grandiose Erfindungen der Galliard. Mit jeder Ausgabe sammelst du zusätzlich eine wertvolle Figur. Asterix und seine Welt. Heft 1 mit Asterix-Figur nur 2,50. Jetzt beim Zeitschriftenhändler. Na, hungrig wie deine Looney Tunes, Freunde? Dann nichts wie hin zu Burger King. Zu jedem Kids-Menü gibt's jetzt gratis ein Cow-Buds-Cow-Bo-Bo und eines von sechs lustig verrückten Spielzeugen von deinen Lieblings-Looney Tunes. Auf geht's zu Burger King. Hüpf, Hüpf, Hüpfburg-Shelly. Hüpf, 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 Hüpf und Sachs-Kind. Hüpf, Hüpf, Spring. Hüpf, 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 Hüpf. Party feiern wir. Hüpf, Hüpf, Hüpf. Mit Torte und Geschenken. Ah, und so viel Spaß beim Hüpfen. Ja! Neu, Hüpfburg-Shelly von Barbie. Und noch viel mehr Party-Spaß gibt's mit dem Schaukel-Spaß-Spiel-Set. Hallo Leute! Große Neuigkeiten! Endlich! Unser zweites Video ist da! Bibis Lieblingspferd bekommt ein Fohlen. Und ihr könnt dabei sein. Ist Felix nicht süß? Sabrinas Fohlen. Das zweite Video mit Bibi und Tina. Und die ersten beiden Filme jetzt auch auf DVD von Kiddings. Werbung Ende. Togolino. Fröhliche Ausflüge durch bunte Welten. Weißt du nicht einen heißen Namen für uns? Wir sind die obercoolsten. Kleine Helden. Für mich kann's gar nicht gefährlich genug sein. Und aufregelnde Geschichten. Platzer! Der richtige Start in den Tag. Aber ich bin der Schnellste! Togolino. Heute ab 7.50 Uhr.